servus zu einer neuen aufnahme an 1800 zusammen wieder mit jens hallo zusammen ja schaffel zwei aktuelle folgen zwar kann ich nicht mehr sein ob das könnte die 13 sein ne staffel 1 folge season 1 season 1 folge folge 13 13 13 irgendwie so aktuell haben wir keine vier folgen aufgenommen in der woche also 13 ihr seht es nachher welche folge das ist auf jeden fall wir wünschen euch viel spaß beim schauen wir haben keine ahnung warum stehen geblieben sind ja du hast einen ausbau gehabt wenn ich mich richtig erinnere ja also viel spaß da draußen zu schauen wo bin ich jetzt stehen geblieben kaffee ja ist okay da haben wir noch das hier so weit im text dann können wir endlich da können wir endlich genau das machen was wir die ganze zeit wollten der besucheranleger dass ich habe da pläne für neue expeditionen aus baldowatt ne noch nicht kann ja auch hier machen näher an der stadt was brauche ich dafür beton so jetzt kann ich am beton habe ich hier beton ja zement wo habe ich dann brauche ich glas und stahl irgendwo noch geht es läuft das ist alles okay das haben wir alles ihnen zu verdanken kaffee kommt hier hin das ist ganz auch in ordnung genauso wie hier auch so was brauchen wir als nächstes haben kaffee hier muss ich mal gleich stahl clown und fenster ein feuer ist ausgebrochen ein feuer wäre reich weiter reich nicht da eine feuer wir gehen wieder zurück zu uns da kommt auch eine feuerwehr weil sie das ja wohl mal im griff kriegen war die halumpen ausgerechnet auf der insel wo ich beton machen muss ach die ist noch unterwegs nach ganz am ende gemacht stimmt nicht das nichts Naja, irgendwie kriege ich das schon hin. Aber warum? Ach ja, durch den Brandfehl. Mir geht es die Einwohner. So weit weg bin ich nicht mobilisiert. Ich werde sie in den Feldern wiedersehen. Meine Brüder und Schwestern. Sobald ich dieses Land hier befreit habe. Alles bereit. Nimm ihn rum mit. Für Archibald Bleck kommt mal wieder einkaufen bei uns. Ja, darf er ja. Soll er ja. Da muss ich noch nicht hin. Da muss ich noch nicht hin. Shit. Das Lager ist voll. Handelskammer. Das Lager ist voll. Oh oh, ob das passt? Nee, passt nicht. Sie haben an Einfluss gewonnen. Jetzt passt es. Jetzt kriege ich auch noch Stahlkrieger dabei. Und Fenster. Ganz der Insel. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen mehr Weg bauen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Stimmt, den habe ich dir rüber geschickt. Okay. Den räudigen Hund. Ganz am Ende noch gesagt. Stimmt. Jetzt löscht doch mal das Feuer. Dann kann ich auch die Häuser ausbauen, Mensch. Wie kann ich sie wieder hinstellen? Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Keine Felder, keine Arbeit. Äh, wieso habe ich euch gebaut? Keine Ahnung. Ich habe die Tortilla-Bäcker reingebaut. Moment, was habe ich gemacht? Die Tortilla-Bäcker reingebaut. Ich habe zwei davon ausgebaut. Ich habe aber zu oft viermal Mais gemacht. Alles soweit okay. Nur vergessen, die Mais-Plantage in die Plantagen hinzubauen. Die Gebäude waren da. Haben sich beschwert. Genau, wie durch die Bäckerei. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Wo soll ich dir dein Schifter wieder hinschicken? Soll ich da irgendwas draufpacken? Was brauche ich jetzt für den Ausbau? Moment. Muss ich kurz mal schauen. Wo warst du wieder? Wo warst du wieder? Nein, falsch. Hier war das Teil. Nein, das bringt noch nichts. Das macht krass. Wenn dann Stahl. Das ist ein, was man viert ist, Stahl. Na ja, ich gucke mal, was ich draufpacken kann. Wohin? Villa Bajo? Ja. Das ist die Insel, auf der alles weg geht nachher. Okay. Ist unterwegs. Mit Stahl. Ja, ich bin dabei. Für Brille brauche ich aber ein bisschen mehr. Als nur Glas. Wir laden rum ein, wir laden rum ein und fahren rum runter. Ist okay. Frage, wie viel Kaffee habe ich jetzt dann gleich da unten. Okay, 13 kommen schon mal mit, wenn der unten wäre. Was sagst du hier? Du bist noch unterwegs. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Auf die Spuren ihrer Majestät und auf zur Nordwestpassage wahrscheinlich. Das sind die beiden neuen Gebiete, dürften das sein. Jep. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Keine Sorge, das mache ich. Den Ausbau überlasse ich dir allerdings. Frage ist, von welchem Gebiet? Oder soll ich alle drei managen? Du machst nichts Großes. Wir regeln das schon. Wir teilen uns das. So. So, so, so. Zum Ende, was wollen wir? Eisen. Da brauche ich ja Eisen für. Hey. Oder? Oh je. Ausgerechnet da, wo sie nicht hin sollen. Ah ja, egal. Hier ist es. Ich kann mich nicht hinanden. Feuerwehr? Nee, mir fehlen gerade 50... Nee, das ist hier. Muss ich das erst mal anders lösen? Ja, ja, komm, die Rohstoffe. Wir werden Ihnen immer folgen. Ja, ja, halten dran, bleib ruhig. So, das muss erst mal laufen. So, jetzt kann ich gucken, habe ich auf meinen Inseln? Die ganze Vorräte überhaupt? 1, 1, oh je. Für Messing? Wenn ich den hier nochmal mache... 50 von denen, da fehlt mir noch ein bisschen was. Die hätten wir, das ist okay. Komm mal hier unten hin. Ähm... Da reicht es nicht. Da auch nicht. Aber hier kriege ich keine Kartoffeln an dem Boot. Aber hier würde gehen. Zink und... Kupfer. Was brauche ich denn dafür? Beton. Beton. Ja... Ja... Hätte ich vor Ort aber... Und so lange wie ich keinen Pendler-Kai habe, ist das Kacke. Glaub ich dir. Glaub ich dir. Weil sonst müsste ich die Insel hochbauen bis Ingenieuren und da habe ich keinen Bock drauf. Reicht, wenn wir eine machen. Wie lange brauchen die denn überhaupt für Beton? Eine Minute. Hmmm... Naja... War ein Versuch wert, Leute. War ein Versuch wert. So, dann warten wir mal bis die erste Beton produziert ist. Und wie viel Bräu denn davon? 30. Oh je, oh je. 30... 60... Boah, 90 Betonbräu schon. Okay, jetzt muss ich in die Richtung versetzen, sonst macht das Ganze irgendwann keinen Sinn mehr. Wir brauchen das auf jeden Fall hier drin. Hmm... Es steht auch hier oben... ...dieses Gebäude... Was wichtig wäre. Wir machen das erstmal zoologisch. Die Prüfung. Die Mannschaft für Zeuge des Blutsurzes als den fremden Ländern mit sich bringen. Nach einem nächtlichen Festgeladen glauben die Männer, dass das Treffen mit dem fremden Prinzen... in den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und vielleicht nachher... Fedor Maine... ne... ich hab gerade entertained... die mannschaft das treffen mit dem fremden prinz und seine seefahrenden gefolge der höhepunkt der reise war er beginnt morgen mit dem kunde vom plötzigen tod eines mittelhofs staats in die mannschaft steht sofort unter mordverdacht super wir schicken im besten wir probieren es mal mit der weisheit hat komischerweise funktioniert okay die fremden staunen über die schnelligkeit ihres offiziers sie untersuchen die leiche und erkennen messerstiche verschiedener tiefen und blutungen durch methodische befragung setzt offizier die fremden unter druck und enthüllt die täuschung jede wunde wurde von einer anderen hand zugefügt und alle haben das opfer getötet prinz erkauft sich der stillschweigende seeleute die den schauplatz verlassen und sie fragen welches motiv wohl hinter dem sonderbaren mord steckt es gibt was für dein museum die menschen lassen sie hoch leben ich kenne sie gleich machen sobald ich hier fertig bin da war ich habe kopiert und habe das ganze nicht im blaupause modus kopiert ja genau ergebnisse ich habe viel mehr gemacht als ich eigentlich wollte das passt gerade gar nichts mit zusammen und 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 noch mal weg das ist hierhin obwohl immer komplett mit dann haben wir es auch drin überlappend ja wenn ich schon weiter ausbau die leute dann theoretisch dafür hätte es noch praktisch so jetzt kann ich aber auf der insel erst mal nichts machen jetzt kann ich mich gleich auf das andere vorbereiten hier ich wollte hier kupfer da brauchte ich ja genau beton brauche ich dafür das ist das ist das ist das ist das ist Nee. Das darf mich nicht wundern. Äh, Quarzgrube sagt Peterwerk. Nix dabei. Nix dabei. Wat ein Kram. Mhm. Ja, jetzt warte ich eigentlich nur auf den Beton. Ja, Beton und Glas brauche ich auch hier drüben. So ist es nicht. Nebenstahl. Ja, war mir klar. Es war mir auch klar, dass du gleich Zigarren haben willst. Und Schokolade und so weiter und so fort. Was brauchst du denn als nächstes? Äh, erstmal gar nix. Kein Rum, kein Kaffee praktisch. Ja, Rum, Kaffee immer. Genauso wie Zigarren später. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Äh, warum hast du das nicht gebaut? Das muss ich bauen? Das kannst du nicht bauen. Hm. 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 Aber die Insel läuft. Was mit der Insel? Die läuft auch. Ich seh schon, ich brauch nur eine Insel für Fischöl. Am Ende. Wenn der Pech hast, ja. Das hat sich soweit geregelt. Ich weiß, wenn ich hier einmal Kaffee noch weiter ausbaue. Dich hätte ich. Verarbeiten. Obwohl, das gehe ich hier aber nicht. Wenn ich hier die Bevölkerung gar nicht danach habe. So. Wo gehst du hin? Ja. Zur Stelle. Du bringst Totilias. Das ist okay. Kann ich hier nicht herstellen. 70 Kaffee haben wir hier schon. Hm. Wir haben wir schon und ich kann nicht mehr machen. Weil ich keine Ingenieure hier rüber kriege. Am liebsten würde ich gleich Pause machen. Kurzfristig. Der hat nur das. Was hat die denn zu verkauf? Die hat nur das. Komm gleich wieder. Hm. Wir sollten jetzt gerade langsam in den Streik geraten. Hm. 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 Kaufe ich die oder kaufe ich die nicht? Ach, ich lass erst mal. Ich lass das erst mal. Komm. Komm. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gut. Gut, dass es wieder da ist. Hm. Mit Start. Juhu. Oh, der Marktplatz ist zu weit weg. Oh, der Marktplatz ist zu weit weg. Oh, der Marktplatz ist zu weit weg. Wie sieht es jetzt aus? Wie sieht es jetzt aus? Wie sieht es jetzt aus? Das ist etwas besser, ja. hallo ich wollte da gern rein das ist nicht einfach nur aber glaube ach das wird nichts der auszug ist die sicherheit eine märkung frau gesehen ich sehe davon überzeugt die kreatur zu ignorieren oder mit zielands mieter glaube oder redegabe ich glaube ich glaube ich auch die märkung frau verschwindet die schmettert mit mehr leidenschaft als können aber die kreatur wird mit ihnen keine aufmerksamkeit als sie völlig außer atem sind trauen die sehleute verschwinden der märkung frau nach verschwenden noch viel zeit darauf in ihren schwester und ihren königreich unter der wasserfläche zu träumen ja sollen sie träumen ist glaubt besser zusätzliche ration vom stapel gelaufen sollen sie lieber träumen davon der michi baut sich seine schiffe selber ja musste ich musste ich wenn ich auf die anderen teile werde brauche ein paar schiffe und das material dazu habe ich ja da bis auf die einfluss das segel produziere ich hier ich weiß nicht geht es in kanonen weil sie kann man keine linien schiffe erstellen aber clipper kann ich ich kann es mir aber kaufen ja das kommt drauf an wo du kaufst haben wir nicht mehr als ich bald blicken müsste welche haben vielleicht ich gucke der hat nur fregatten alle borte im handelsbereich produktivität und 20 prozent erhöht ich brauche kaffee er hat gehen soll ich den linien schiff bauen nein heute nicht auf ihren befehl haben wir genug hoffe ich würde aber gehen ja wir spielen ja friedlich davon da brauchen die kann nur nur dass sie befriedigt sind ja so das läuft und halt für die entsprechenden schiffe ansonsten brauchen wir das ja nicht aber wenn ich auf die spur ihrer majestät will da brauchen weitere schiff die handel ist nicht da die bewegung braucht neue helden das stimmt der leitschutz kann ich nicht leisten da ist kein schiff drüben da bräuchte ich jetzt der schiff da könnte ich rüber schicken zwei schiffe lass es kann man später mal machen wenn es wirklich nicht brauchst die fregatten bräuchte stehen nur rum aber aktuell nicht von daher das ist okay was sieht jetzt hier aus alles bereits kommen mit 50 rum und ich gehe mit 60 kaffee ok dies besser als ja nix aber immer noch zu wenig ich habe aber zu wenig leute hier aktuell und ich habe zu wenig beton das spiel ist das spiel der mangelware ich kann noch mal ich kann es aber auf jeden fall vorbereiten alles gut wie sieht es eigentlich aus ich habe jetzt hier in maximalen lagebestand von 125 das gefällt mir nicht das ist noch zu wenig das ist noch zu wenig was kann ich für dich tun ich habe kein gold nur perlen ach ich habe zu wenig stahl da deswegen kann ich nicht aufwerten da muss ich mal auf stahl warten gut habe ich kann hier aufwärten sagt sie haben ein neues zwischenziel erreicht kolonie kann das so gedruckt werden das ist eine wunderbare idee ja wir können theoretisch nachlesen was alles passiert ist politiker ja erwarten neue horizonte oder kam stahl an am heutigen und sie haben an einfluss wirklich ja wieso ist der aufstieg nicht möglich wenn du sagst dass du noch öl brauchst ja trafinerie fehlt aktuell glas und beton ja beton bin ich dabei aber ich brauche erst den drucker sonst ich muss zwei inseln mit beton beauftragen weil du brauchst beton ich brauche beton da klappt sonst nicht obwohl wenn wir die gesamte gefechte haben da bräuchte auf jeden fall eine gefechte ja ich habe eine expedition haben wir ja auch noch rettungseinsatz und so weiter da geht es dann mehr auf kampf auf einmal da bräuchte ich ein bisschen was da bräuchte aber ausgerüstet auch als kampf gehört das heißt das muss man bei dir drüben machen dass du fertig ist ja ja muss das problem es macht gar keinen sinn aktuell schon drauf zurück möchte noch nicht zieht sich das sollte in der länge hier mit dem beton schick na wie ich kann das komplette geld ausgeben mit einer person ich glaube ich komme er noch mal rüber zu dir und muss ich warten aktuell welches schiff ist es bei dir für den einsatz die schildkröte nicht die schildkröte steht bei dem ding ja es habe schon geschaut bin ich gerade die beiden fregatten laufen durch die gegend und zwei linien schiffen muss man schauen welche die menschen lassen sie was wäre ich stehe zur verfügung falls sie jemals eine helfende wenn auch leicht arthritische hand benötigen beton immer noch zu wenig ja ja war ja klar das ist alles kampf der witz drin ist ich bräuchte eigentlich die items und nicht ja und nicht die personen im unten reinpacken kann die alte muss das ist recht recht nervig ich bin mir aktuell auch nicht ich habe mich nicht mit dir zu handeln vielleicht sind die auf den neuen welten das weiß ich nicht das kann ich dir nicht sagen was du groß 265.000 geschickt und navigation dafür dass mein platz frei genommen wird das ist nicht schön überhaupt nicht das ganze machen wir morgen weiter hätte ich gesagt können wir machen euch da draußen einen wunderschönen tag noch wir kommen wieder und zwar morgen am mittwoch w dann tschön tschööh tschöö 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 Untertitelung des ZDF, 2020